Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute hier auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Star Trek Fleet Command. Viel Spaß! Ok und los geht es. Einmal kurz weg die Werbung. Einmal Forschung fertig. Einmal Witz und Bomben fertig. Kann ich zweimal bauen und zweimal forschen? Oh nice. Das ist gut. Ah. Fertig. Abholen. Abholen. Lass mich den ganzen Shake abholen. So. Aha. Auch noch einmal. Pa 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 pa. Gut. Ah. Die haben meine Dinge zerstört. Gemein. Ok, dann muss ich mal kurz in der Basis reingehen, in der Rhein, ich wollte das hier machen, das ist meine Forschung, OP Akademie, oder was, wollte ich OP weiter machen, genau OP war das, schauen wir mal das hier, hm, es geht, cool, ich kann jetzt immer zwei Sachen bauen, und anscheinend auch zwei Sachen forschen, das finde ich gut, schmeckt, gut, schmeckt, aus dem Team, starten, so, dein Schick war einmal ihn hier los, den kann ich gleich was machen, deswegen, will ich den nicht los schicken, das Team ist zu schwach, schau mal hier oben nach, die ist nicht beschäftigt, die macht das alleine, 100%, lol, komm, kriegst du trotzdem noch einen dazu, ach, warte mal, den hier, starten, tschüss, bis, bis irgendwann einmal, und rechts, NB, und, da war D, und, in hier, in hier, ja, 100%, starten, und auf Wiedersehen, da bin ich grad bei, Klassische, f téc komisch, hier, folgen, ne aber noch, das näher machen, ja, ja, kann ich den, jawohl, starten ja wir müssen wir schauen ob man es heute noch machen können keine materialien keine materialien und das das war ein Stück. Ah, der macht erst den ein. Wenn der fertig ist, dann macht er den, wie es aussieht. Wenn er gleich 7 und 9 steht, weiß ich genau, dass es gleichzeitig ist. Sonst nicht. Erstmal verbessern wir den Flieger hier. Oh, full. Yeah. Max Level 6129. Dann wird er noch mal ein bisschen stärker hiermit, wenn ich die Sachen später alle habe. Super. Verbessern. Da ist Max und D, ist es erst ausgestattet. Perfekt. 4129. Okay, die sind gerade alle zu Hause. Deswegen kann ich mir die Offiziere mal zur Brust nehmen und sagen hier. Du Arschloch. Befördert. Zack. Okay. Und noch ein Offizier dabei. Ah, hier Tata. Du bist auch befördert. Wo ist denn jetzt der Datei? Da ist er. 1, 2, 3. Schön. Ja, das patriarchal. 1, 2, 3, 6, 6, 7, 8, 8. 2, 3, 6, 8, 1, 2, 3, 7, 9, 10. Fair 2, ok. Na, brauchen wir nicht, wir haben genug Leute, gut, oh geht doch beides gleichzeitig, nice, ich bin beeindruckt, dann werden wir jetzt mal schauen, nach den Missionen, sind vorbei, Levee 13er oder höher, 5 Stück, so schwer, Turas bauen, schau mal, Turas, Boah, das dauert ja noch eine Ewigkeit, muss ich auch noch freischalten erst, Ach, bin ich auch dabei, Ach ja, Ok, 12, 12, 11, Da mache ich jetzt die Level 11er, 0, 2, ok, Warte, und Dann muss ich noch aber mit dem Herzen sammeln, Herzen sammeln, Herzen sammeln, Herzen sammeln, Ok, 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 2 Sterne, Wo sie mich abgeschossen haben, Gut, Ah, Ich wollte noch gar nicht, Egal, jetzt habe ich Spricht gehabt, und dann kann ich noch einen Lussschicken ausentwickeln, Gut, ist ja Hupe, eher halb. 10 Minuten, rum. 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 12 Minuten, rum. 14 Minuten, rum. 15 Minuten, rum. Einmal kurz gucken, Aufgaben, gibt es hier Aufgaben? Also hier gibt es keine Aufgaben, hier gibt es Requests, aber die kann ich nicht annehmen, also sind sie entweder zu klein, oder zu groß, Null. Gut, dann war die Mission auch fertig, wenn wir jetzt diese machen, fliege zurück, weg geht es einfach. Gut, wenn es dann zu Hause ist, dann haben wir es gesofft, dann können wir mal kurz überlegen. Kommandant 2 brauche ich. Wo ist denn der Kommandant 2? Da ist er auf 17. Also, das dauert noch ein bisschen. Das geht noch nicht. Das ist vorbei. Dann kann ich das dann machen, bis sie 5 fallen auf Level 13. Das geht ja eigentlich ganz schnell. Ich fliege den einmal nach Hause, lasse er einmal reparieren. Und suche dann System, in der Galaxie, eine 13. 12 zum Beispiel, da war mein Schiff. Perfekt. Und machen wir gleich eine andere Quest mit. Ne, 12 ist doch nicht besser. Stoffliefer 13. Ha. Da ist eine 12 mit einer Quest. F1 ein bisschen lau. Lef ist jetzt. Lef ist ja schon. Bissene. Das ist ja auch schon. Undon hat es. Und das ist ja schon. Das ist ja auch schon. Wie soll man das noch sagen. Und dann? So, die membership ist. Und dann wird es nicht mehr. ok gefangen aber wir reparieren gratis und jetzt geht's los ich brauche 13 also ich sag mal wir fliegen doch lieber auf level 13 5 minuten bis dahin unterwegs das ist in halbe ewigkeit jetzt schauen wir mal was ich hier machen kann kaufen ja aber ok rekrutieren auch nicht so meins eigentlich schon auch nicht jetzt kann alles kaufen ok ich weiß eigentlich schon wer hat die glaube nicht das waren nur Ressourcen genau jetzt kommt Allianz heiß ein schild gebiete ok sie wie viel kann ich da noch alles sammeln? das war es, das war das stück woher weiß ich bin ich da was einsamen kann stand da irgendwas? ich glaube nicht und hier, Nachrichten Neustlevel 36 plus Schuss ui Offizier ach, ich kann doch rekrutieren deswegen 100 oh nice 5 da ist bestimmt ein super rekrut drin ok 1 2 2 3 4 ich habe aber 5 genommen ach so, ich muss auf eine 4 drücken jawohl das heißt ich kann den einen befördern der leichte Ohreine würde ich sagen und hat leichte Ohreine und hat leichte Ohreine Hä ach der ist in dem Schiff da Schiff A der ist unterwegs oh mein Schiff ist schon da ähm System cycle jetzt muss ich 5 13er zerstören ich hoffe es geht alles gut hm dann schauen wir mal den hier gleich stark äh das sind alles nur solche mit Flügel ja schwer das stärkert sich fliegen wir erstmal dahin mit Händen mit Händen er ich werde jetzt erstmal die level 13 er jahren da ist einer angriff ich glaube ich kann nur 2 oder 3 stück zerstören ja schon auf meine offene schutzschild oh das geht auch ich dachte ich würde mal verlieren noch 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 ja Nummer zwei. Nummero 4 Ich hab ne gute Kuh Ah, ich muss 8 Stück hier besiegen Und das wäre Nummero 5 jetzt, oder? Ich hab vergessen Ich glaub 5 alles Ich muss sowieso noch 3 Stück besiegen Also Arbeit dir doch auch gleich mit Einfach, einfach Und noch einer Mal nimm mich heute hin da Schau'n Ich sag, du kannst zurück nach Hause fliegen Rückflug Und dann kann er erstmal repariert werden Und dann mal kommt der dran Tagessierer Tagessierer Keine weiteren erreicht Das tut mir leid Das tut mir leid Da ist ihm vorbei 13 25 25 Musste ich ja Bis ich jetzt hin fand ich Ich war vielleicht 12 Da fand ich noch 2 Naja egal Aber ich muss leider jetzt auch gleich Jo, es ist 4 Uhr Ich muss mich fertig machen Gut Dann Spiel mal beenden Und ich sag Das ist falsch hier Okay Dankeschön Fürs Zuschauen Ich würde mich freuen Bis dann Ich wünsche euch viel Spaß Und auf Wiedersehen Ciao